Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Als Christen sollten wir natürlich regelmäßig Bibel lesen. Die Bibel sagt in 5. Mose Kapitel 17, Vers 18, wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu rechten noch zu linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also hier wird geboten, dass ein König von Israel eine Abschrift des Gesetzes anfertigen sollte. Er sollte täglich darin lesen, lerne, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten und so weiter. Im Neuen Testament sind wir als Christen, Könige und Priester. Wir sollten täglich Gottes Wort lesen, täglich die Bibel studieren, täglich Gemeinschaft mit Gott haben. Und für einige Christen ist das hoffentlich offensichtlich, dass wir das tun sollten. Aber was ich dir in dieser Folge zeigen möchte, ist, dass du auch Gottes Wort auswendig lernen solltest. Denn die Bibel spricht sehr oft davon, dass wir Gottes Wort bewahren sollen in unserem Herzen, darüber nachsinnen sollen. Die Bibel spricht eigentlich mehr davon, als davon, Gottes Wort zu lesen. In Psalm 119, Vers 11 heißt es, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf das ich nicht wieder dich sündige. Wir sollen also Gottes Wort in unserem Herzen bewahren, damit wir eben daran erinnert werden, was Gottes Wort uns sagt, dass wir im Geist wandeln, dass wir eben uns davor bewahren zu sündigen. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf das ich nicht wieder dich sündige. Die Bibel sagt außerdem in Sprüche Kapitel 4, Vers 20, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ort zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Zum einen sollen wir die Bibel nicht von unseren Augen weichen lassen, wir sollen regelmäßig darin lesen und aber auch Gottes Worte in unserem Herzen bewahren. Das können wir natürlich nur tun, wenn wir anfangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Und die Bibel Schritt für Schritt auswendig zu lernen, ist natürlich eine große Aufgabe. Und für dich scheint es vielleicht wie eine unmögliche Aufgabe, aber es ist sehr wohl möglich, die Bibel Schritt für Schritt auswendig zu lernen. Fang erstmal an mit einzelnen Versen. Und hier ist ein Plan. Ich möchte dir einen Plan geben für dich, wie du zum einen Verse auswendig lernen kannst und zum anderen ganze Kapitel auswendig lernen kannst. Und ich garantiere dir, wenn du diesem Plan folgst, wirst du es schaffen, ganze Kapitel der Bibel, ganze Bücher auswendig zu lernen. Fang erstmal an mit einzelnen Versen natürlich. Dazu würde ich dir empfehlen, dir die App Remember Me runterzuladen. Remember Me ist eine kostenlose App, findest du im App Store auf Google Play, die dir dabei hilft, Bibelverse auswendig zu lernen. Im Karteikartensystem. Und du musst im Grunde genommen einfach nur das tun, was die App dir sagt. Deswegen werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also für einzelne Verse, nutze einfach die App Remember Me. Große Empfehlung von mir. Wie kannst du jetzt aber ganze Kapitel und ganze Bücher auswendig lernen? Was du brauchst, sind physische Karteikarten. Ich würde dir wirklich empfehlen, dir richtige Karteikarten zu kaufen, die du handschriftlich beschriftest, weil du beim handschriftlichen Schreiben dir automatisch die Verse besser einprägst. Wenn du beispielsweise Matthäus Kapitel 1 auswendig lernen willst, dann nimmst du dir eine Karteikarte und schreibst Matthäus Kapitel 1, Vers 1 auf diese Karteikarte. Und von während du schreibst, sagst du dir diesen Vers immer wieder auf. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams und so weiter. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und während du zum Beispiel auf Arbeit bist, in der Pause, kannst du einfach die Zeit nutzen, um diesen Vers dir immer wieder aufzusagen. Also du kannst einfach deine Zeit besser nutzen, wenn du was weiß ich auf Toilette bist, kannst du anstatt auf Facebook zu gucken, dir diesen Vers aufsagen. Nimm die Karteikarte, die du geschrieben hast und sage dir diesen Vers immer wieder auf. Und so gehst du durch das ganze Kapitel, bis du das ganze Kapitel aufgeschrieben hast auf Karteikarten und diese Verse aufgesagt hast und einigermaßen verinnerlicht hast. Jetzt kommt aber der entscheidende Schritt. Du musst dieses Kapitel jeden Tag, eine Woche lang, sieben Tage lang rezitieren. Jeden Tag. Also Matthäus Kapitel 1, Montag rezitieren, Dienstag rezitieren, Mittwoch rezitieren, sieben Tage lang. Das ganze Kapitel. Und wenn du das geschafft hast, dann musst du dieses Kapitel wöchentlich rezitieren. Vier bis fünf Wochen lang, zum Beispiel immer am Montag, rezitierst du Matthäus Kapitel 1, dann wieder am nächsten Montag Matthäus Kapitel 1 und das vier bis fünf Wochen lang. Wenn du das geschafft hast, dann wiederholst du das Kapitel monatlich und dann, währenddessen kannst du natürlich schon Matthäus Kapitel 2 auswendig lernen und wenn du diesem Plan folgst, also erstmal sieben Tage lang, jeden Tag das Kapitel wiederholen, dann wöchentlich für vier bis fünf Wochen, dann monatlich bis ans Ende deines Lebens, nur noch monatlich, dann wirst du Gottes Wort in deinem Herzen bewahren. Dann wirst du das ganze Buch Matthäus auswendig lernen können und tatsächlich wissen, was jedes einzelne Kapitel sagt und du wirst es jederzeit rezitieren können. Dieser Plan funktioniert, ich habe es ausprobiert, glaube mir und ich hoffe, dass du diesen Plan anwendest, weil es wichtig ist, dass wir Gottes Wort bewahren in unserem Herzen. Die Bibel sagt auch in Psalm 1, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wir können nur über Gottes Gesetz, über Gottes Wort nachsinnen Tag und Nacht, wenn wir es in unserem Herzen bewahren. Wir haben nicht immer eine Bibel dabei, wir können nicht in jeder Sekunde, wenn wir irgendwie ein Bibelfest brauchen, die Bibel aufschlagen, danach suchen, sondern wir müssen Gottes Wort in unserem Herzen bewahren. Und dieser Plan wird dir dabei helfen, Gottes Wort auswendig zu lernen, ganze Bücher auswendig zu lernen. Also nochmal kurze Zusammenfassung, du schreibst Karteikarten, für jeden Vers eine Karteikarte. Wiederholst diesen Vers immer und immer wieder, in kleinen Teilen, falls der Vers zu lang ist. Dann, wenn du das ganze Buch aufgeschrieben hast, auf Karteikarten, die einzelnen Verse, dann wiederholst du dieses Buch jeden Tag eine Woche lang. Wenn du das geschafft hast, dann vier bis fünf Wochen lang, wöchentlich und dann monatlich bis ans Ende deines Lebens. Ich hoffe, dass du diesen Plan anwendest, dass du Gottes Wort bewahrst in deinem Herzen, dass du dir das wirklich zu Herzen nimmst und dadurch auch Freude findest an Gottes Wort. Ich wünsche mir, dass du mehr Freude findest an Gottes Wort, dass du mehr lernst, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten und dass du dadurch auch besser die Bibel lernst. Und ich garantiere dir, wenn du anfängst, Kapitel auswendig zu lernen, dann wirst du die Bibel viel besser verstehen. Du wirst mehr dazu lernen, als wenn du einfach nur die Bibel liest. Es ist wirklich wichtig, die Bibel auswendig zu lernen, Schritt für Schritt. Es geht natürlich nur in kleinen Schritten. Es ist eine wirklich große Aufgabe, aber du kannst es schaffen, Schritt für Schritt einzelne Verse, dein ganzes Kapitel Bücher auswendig zu lernen. Und es wird dir dabei helfen, die Bibel besser zu verstehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du ein schwieriges Kapitel hast, wo du dich wunderst, was bedeutet das, dann versuche es auswendig zu lernen. Du wirst es besser verstehen, garantiert. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.